Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute soll es mal darum gehen, wie man die Liner Summ 1.0 gefixt bekommt. Genau, es geht dabei genau um diese Version hier. Die laden wir uns direkt jetzt einmal runter. Müssen wir hier einmal weiter und dann Link createn. So, dann müsst ihr hier zweimal draufklicken, dann lässt ihr den Spaß runter. Dann nehmt ihr hier die Mod-Version, boop, boop, packt die einfach in irgendeinen Mod-Ordner rein. So, schauen wir uns einmal ganz kurz hier das Problem an, was natürlich hier besteht. So, habt ihr hier einmal einen neuen Spielstand, boop, boop, könnt ihr an sich alles abwählen, seht ihr hier. Genau, dann drückt ihr hier Start, dann sind wir da drin. Wow, es funktioniert alles, denkt ihr, bippa, boop, alte Version. Oh, geil, pipu, happy, aber nein, dann drückt ihr P und dann steht hier keine Objekte verfügbar. Egal bei was, außer bei Sales Store, aber ihr wollt natürlich keine Billig-Objekte kaufen, sondern ihr wollt natürlich neue Sachen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder aus unserem LS raus. Einmal beenden. Dann nehmt ihr einmal diese Version hier mit Windows. Weiß ich gerade nicht, wie es geht. Da müsst ihr hier irgendwo stehen, alle extrahieren. Ich mache jetzt hier mit WinRat Dateien packen. Wenn ihr wollt, kann ich das euch auch noch in der Videobeschreibung verlinken. Ist auch ein sehr nice Programm. Dann habt ihr hier so ein Ordner. Jetzt gibt es hier verschiedene Dateien. Die einzigste Wichtige ist hier Moddesk. Dafür empfehlen wir euch hier, dass ihr entweder Notepad++ runterladet. Dann geht ihr einfach hier auf Downloads. Dann sucht ihr euch hier die neueste Version raus. In dem Fall hier die University. Dann müsst ihr hier nur noch auf Download. Oder hier Visual Studio Code. Auch Link in der Videobeschreibung. Klickt hier auf den Pfeil. Wird dann hier Linux, Windows oder Mac OS aus. Einfach hier die Stable Version. Oder ihr klickt einfach dick hier auf den fetten Button drauf. Auch kein Problem. Downloaden, durchklicken, installieren. Fertig. So, wir machen das jetzt hier mit Visual Studio Code auf. Dann zeigt ihr hier in diesem Startmenü. Ganz simpel. Ich erkläre es gleich auch nochmal mit Editor. Dann müsst ihr einfach nur STRG und F drücken. Dann könnt ihr hier was eingeben. In unserem Fall ist es Store. Dann geht ihr relativ weit nach unten. Jetzt seht ihr hier alles mit Store. Es markiert direkt. Aber wir suchen nur was ganz Wichtiges. Und zwar hier Source File. Also ihr könnt auch danach suchen. Aber wir suchen hier StoreManagerExtension.lua. Das müsst ihr jetzt einfach hier rauslöschen. Einfach entfernen. Könnt ihr hier noch die Leerzeite rausmachen. Dann geht ihr hier auf File. Und macht einfach Save. Das heißt, das hier ist jetzt gespeichert. Ganz simpel. So, genau. Dann könnt ihr es selber auch hier mit Editor machen. Ich empfehle natürlich Visual Studio Code oder Notepad++. Irgendwas die Richtung. Da könnt ihr genauso STRG und F drücken. Sucht dann hier nach Store Manager. Dann steht hier, kann nicht gefunden werden. Dann sucht ihr nach Store. Und dann steht da, kann nicht gefunden werden. Deswegen schauen wir jetzt hier mal ganz kurz selber rein. Das Programm ist irgendwie nicht ganz so schlau, muss ich sagen. Wir können vielleicht nach Extra. Ich möchte nicht zur Zeile gehen. Ja, er sagt, gibt nix. Versuchen wir hier mal nach Extra. Hier, dann kommt ihr zu Extra Source File. Das hilft euch auch weiter. Dann müsst ihr hier das hier rauslöschen. Immer noch. Drückt dann einfach wieder Datei. Speichern. Dann seid ihr mit dem Teil auch schon fertig. Jetzt ganz wichtig. Das hier erstmal löschen. Braucht ihr nicht mehr. Jetzt könnt ihr das alles markieren. Wichtig ist, dass ihr in den Ordner reingeht. Dann macht ihr Rechtsklick. Und dann, wenn ihr keinen Winrar oder so habt. Wenn ihr Winrar habt, dann geht ihr einfach zum Archiv für Zufügen. Aber wenn ihr das nicht habt, markiert ihr das alles. Oder drückt STRG und A. Macht dann Rechtsklick. Und geht dann auf Senden an. Und hier ZIP komprimierte Ordner. Das ist ganz wichtig. Das braucht ihr alles einfach. Das machen wir hier mal ganz kurz. Dann zippt ihr natürlich die ganzen Dateien in eine Datei. Jetzt heißt sie hier Icon. Brauchen wir aber nicht. Deswegen nennen wir die jetzt hier. FS-22. FS-22-Landesum. Dann könnt ihr die mit Rechtsklick einmal hier ausschneiden. Jetzt geht ihr wieder in euren Mod-Ordner. Der in meinem Fall hier ist. Ersetzt ihr hier einmal. Bupp. Ist das auch fertig. Und dann müsst ihr nur noch Farming Simulator wieder starten. Dann geht ihr wieder auf Karriere. Sucht euch wieder irgendeinen Spielstand aus. Lande das oben. Könnt alles abwählen. Braucht nichts. Die Karte ist natürlich automatisch angewählt. Und dann geht ihr hier auf Enter. Heißt ihr startet wieder euer Spiel. Leid ganz kurz. Seid hier auch wieder drin. Jetzt könnt ihr people happy sein. Denn wenn ihr jetzt euren Shop öffnet. Dann funktioniert alles. Ihr könnt hier überall reingehen. Alles kaufen. Go auch kein Ding. Funktioniert wieder alles. Also easy peasy. Gar kein Ding. Wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Holt euch auch gerne einen Server bei unserem Partner G-Portal. Mit unserem Link spart ihr immer noch 10%. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr mehr solche Tutorials haben wollt. Und Probleme habt. Dann schreibt uns doch gerne. Dann können wir schauen ob wir das irgendwie fixen können. Und dann für alle. Wenn es ein mehrfaches Problem ist. Ein Video dazu machen können. Genau. Würde ich sagen. Ciao Leute.